Die Sendung wurde live untertitelt. 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 Oh, hiya! Oh, hiya! Die Feuerkugel hat einen Eingang zu diesem Grab freigelegt. Das ist ein Zeichen, das ist ein Zeichen der Götter. Hm, ich frage mich, ich frage mich, könnte sich das auf die Sonnenuhr beziehen? Diese Zahl ist wohl wichtig. 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 Ich frage mich, ich frage mich, ich frage mich, ich frage mich, wenn ich nicht schaff. Ist das die Sonnenuhr, die in den Grab dargestellt wurde? Oh, ja. 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 Oh, ja.